Mit Ihrem Budget würde ich Ihnen vorschlagen, reisen Sie eher nach Bali. Wir sind für alles offen. Vielleicht haben Sie und Ihr Mann was Exotisches entdeckt, was für uns in Frage kommt. Das Exotischste, was wir gemacht haben, war ein Freizeitpark für Medientechnologie. Wie würdet Ihr darauf reagieren, dass in mir das Bedürfnis entstanden ist, mich zu trennen von Eurem Vater? Du willst mich verlassen, ist das so? Eins will ich auf keinen Fall, dass wir uns gegenseitig hassen. Jetzt hör mal, komm mir nicht mit diesen Phrasen. Es liegt nicht an dir. Nein, nein, es liegt an dir. Da ist nichts mehr zu machen, denn eigentlich ist das Problem, das sie hat, grundlegender Art. Weil du, du bist es. Ist nicht gerade deine Spezialität, jemanden aufzubauen? Ich habe mir die Nacht über Gedanken gemacht. Oh, scheiße. Scheiße, wieso das jetzt? Wir machen eine wunderbare Reise durch alle Schlüsselmomente der Familie Leroy. Ja, guten Tag. Ich heiße Christoph und hab mal hier gewohnt. Ist lang her, aber... Papa, bist du das, du guten Sohn? Meinst du, der haut dir einer rein? Das ist doch nur eine Verwechslung. Oh Mann, der hat einen Hammer! Also, eine Zeichnung von uns vier, bitte. Das macht dann 80 Euro. Sind Sie Banksy, oder was? Das ist aber gut. Das landet im Müll. Ich höre Sie, ja? Ich sitz neben Ihnen. Und wenn das Wochenende nicht ganz so verläuft, wie du es geplant hast. Na, vielleicht könnten wir weiterhin zusammenleben, ohne dass wir zwei ein Paar sind. Tu doch nicht so. Ich wollte, dass du unserer Ehe eine Chance gibst. Ich habe den Sportlehrer mit einem Zirkel erstaunt. Oh, Liebling, jetzt bitte. Können wir später über die Schule reden? Das bringt doch alles nichts. Ihr seid erwachsen. Benehmt euch auch so. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass dieses Wochenende gar keine schlechte Idee ist. Sind Sie an einem kleinen Rad interessiert? Beißen Sie ins Lenkrad. Bin ich genervt? Im Stau oder so, dann beiße ich ins Lenkrad. Das war so. Einwandfrei. Festen. Reinbeißen und rauslassen. Auf Lust. Ist das eine krasse Scheiße.